Der Geburtstag der Infantin, Teil 1 Es war der Geburtstag der Infantin. Sie zählte gerade zwölf Jahre und die Sonne schien hell in die Gärten des Palastes. Obgleich sie eine wirkliche Prinzessin und die Infantin von Spanien war, so hatte sie nur einen Geburtstag in jedem Jahr, gerade wie die Kinder von ganz armen Leuten. Deshalb war es natürlich eine Sache von hoher Bedeutung für das ganze Land, dass es bei dieser Gelegenheit ein wirklich schönes Wetter sein musste. Und es war tatsächlich ein wirklich schönes Wetter. Die hohen gestreiften Tulpen standen steif auf ihren Stängeln wie lange Reihen von Soldaten und blickten verächtlich über das Gras nach den Rosen und sagten, jetzt sind wir mindestens so prächtig wie ihr. Die roten Schmetterlinge flatterten mit Goldstaub auf ihren Flügeln umher und besuchten nach der Reihe alle Blumen. Die kleinen Eidechsen krochen aus den Spalten der Mauer hervor und lagen sich sonnend in dem lichten Glanz. Und die Granatäpfel sprangen und krachten von der Hitze und zeigten ihr blutrotes Innere. Selbst die blassgelben Zitronen, die in solcher Überfülle von dem zerfallenden Spalier und an den schattigen Arkaden hingen, schienen von dem wundervollen Sonnenlicht eine reifere Farbe bekommen zu haben, und die Magnolienbäume öffneten ihre großen, kugeligen wie von Elfenbein geschnittenen Blüten und erfüllten die Luft mit einem süßen, schweren Duft. Die kleine Prinzessin lief mit ihren Gefährten die Terrasse hinauf und hinab und spielte Versteck hinter den Steinvasern und den alten, moosbewachsenen Statuen. An gewöhnlichen Tagen durfte sie nur mit ebenbürtigen Kindern spielen, daher musste sie immer allein spielen, aber ihr Geburtstag war eine Ausnahme und der König hatte Befehl gegeben, dass sie von ihren jungen Freunden einladen konnte, wen sie wollte, um sich mit ihnen zu vergnügen. Es lag eine prächtige Anmut in diesen schlanken spanischen Kindern, wenn sie dahin flogen, die Knaben mit großen Federn auf den Hüten und mit kurzen, flatternden Mänteln, die Mädchen, die die Schleppen ihrer langen Brokatgewänder festhielten und mit riesigen schwarz-silbrigen Fächern ihre Augen vor der Sonne schützten. Aber die Infantin war die anmutigste von allen und sie war am geschmackvollsten gekleidet nach der etwas bedrückten Mode der Zeit. Ihr Kleid war von grauer Seide, der Rock und die breit gepufften Ärmel schwer mit Silber bestickt und der starre Schnürleib mit reihen echter Perlen besetzt. Zwei winzige Pantoffeln mit großen roten Rosetten lugten unter ihrem Kleid hervor, wenn sie gingen. Rötlich und Perlfarben war ihr Florfächer und in ihrem Haar, das wie eine Strahlenkrone von blassem Gold, steif um ihr bleiches Gesichtchen stand, trug sie eine weiße Rose. Von einem Fenster im Palaste aus sah ihnen der grämliche König zu. Hinter ihm stand sein Bruder, Don Pedro von Aragonien, den er hasste, und sein Beichtvater, der Großinquisitor von Granada, saß an seiner Seite. Trauriger noch als gewöhnlich war der König, denn als er auf die Infantin blickte, die mit kindlicher Würde ihrem sich versammelten Hofstaat eine Verneigung machte, oder hinter ihrem Fächer über die finstere Herzogin von Albuquerque lachte, die sie immer begleitete, dachte er an die junge Königin, ihre Mutter, die vor erst kurzer Zeit, so schien es ihm, aus dem fröhlichen Frankreich gekommen und in der düsteren Pracht des spanischen Hofes dahin gewägt war. Sie war gerade sechs Monate nach der Geburt ihres Kindes gestorben, bevor sie zweimal in dem Obstgarten die Mandeln blühen gesehen oder eines zweiten Jahres Frucht von dem alten, knorrigen Feigenbaum gepflückt hatte, der gerade in der Mitte des jetzt grasbewachsenen Hofraumes stand. So groß war seine Liebe zu ihr gewesen, dass er nicht einmal duldete, dass das Grab sie vor ihm verbarg. Sie war durch einen maurischen Arzt einbalsamiert worden, den man zum Lohn für seinen Dienst sein Leben geschenkt hatte, das, wie man erzählte, wegen Ketzerei und Verdacht magischer Kunstgriffe schon der Inquisition verfallen war. Doch jetzt lag ihr Körper auf seiner teppichbedeckten Bahre genau so, wie ihn die Mönche vor nun fast zwölf Jahren an jenem stürmischen Märztag dahingetragen hatten. Einmal in jedem Monat ging der König in einen dunklen Mantel gehüllt, eine umwickelte Laterne in der Hand dorthin und kniete an ihrer Seite nieder. »Mirena, Mirena«, rief er aus, und manchmal durchbrach er die strenge Etikette, die in Spanien jede einzelne Handlung des Lebens regelt und selbst dem Leid eines Königs Grenzen setzt, und ergriff in einer wilden Schmerzensangst die bleichen, juwelengeschmückten Hände und versuchte mit seinen wahnsinnigen Küssen das kalte, bemalte Antlitz zu erwecken. Heute schien er sie wieder so zu sehen, wie er sie zuerst auf dem Schloss Fontainebleau gesehen hatte, als er 15 Jahre alt und sie noch jünger war. Sie waren bei jener Gelegenheit von dem päpstlichen Nunzius in Gegenwart des französischen Königs und des ganzen Hofes feierlich verlobt worden, und als er zum Eskorial zurückkehrte, brachte er ein kleines Ringlein von blondem Haar mit sich und die Erinnerung an zwei kindliche Lippen, die sich über seine Hand beugten, um sie zu küssen, als er in seinen Wagen stieg. Später war dann die Heirat gefolgt, die man schnell in Burgos, einer kleinen Stadt an der Grenze zwischen den beiden Ländern, geschlossen hatte, und der große öffentliche Einzug in Madrid mit dem herkömmlichen feierlichen Hochamt in der Kirche von La Atoka und einem ungewöhnlich feierlichen Autodafé, bei dem nahezu 300 Ketzer, darunter auch manche Engländer, der geistlichen Gewalt zur Verbrennung übergeben wurden. Sicherlich hatte er sie wahnsinnig geliebt und wie viele glaubten zum Schaden seines Landes, das damals mit England um den Besitz der neuen Welt kämpfte. Er hatte ihr kaum jemals erlaubt, seinen Gesichtskreis zu verlassen, für sie hatte er alle schweren Staatsgeschäfte vergessen oder schien sie wenigstens vergessen zu haben, und mit jener schrecklichen Blindheit, die Leidenschaft über ihre Sklaven bringt, bemerkte er nicht, dass die erlesenen Feierlichkeiten, durch die er ihr zu gefallen suchte, nur die seltsame Krankheit verstärkten, an der sie litt. Als sie starb, war er wenigstens eine Zeit lang wie einer, der seinen Verstand verloren hat. Und zweifellos würde er förmlich abgedankt und sich in das große Trappistenkloster zu Granada, dessen Titular prior er schon war, zurückgezogen haben, hätte er sich nicht gefürchtet, die kleine Infantin der Gewalt seines Bruders zu überlassen, der wegen seiner Grausamkeit selbst in Spanien berüchtigt war und von dem viele vermuteten, er habe den Tod der Königin durch ein paar vergiftete Handschuhe herbeigeführt, die er ihr bei einem Besuche in seinem Schlosse in Aragonien geschenkt hatte. Selbst nach Ablauf der dreijährigen öffentlichen Trauer, die er durch königlichen Befehl für seine ganzen Staaten angeordnet hatte, duldete er es nie, dass seine Minister von einer neuen Heirat sprachen, und als der Kaiser selbst zu ihm schickte und ihm die Hand der lieblichen Erzherzogin von Böhmen seiner Nichte zur Heirat anbot, bat er die Gesandten, sie möchten seinem Herrn erzählen, der König von Spanien sei schon mit der Trauer vermählt. Diese Antwort kostete seiner Krone die reichen Provinzen der Niederlande, die sich bald nachher auf Anstiften des Kaisers unter Führung einiger Fanatiker der reformierten Kirche gegen ihn auflehnten. Sein ganzes Eheleben mit seiner wilden, flammenden Freude und dem schrecklichen Schmerz bei dem plötzlichen Ende schien ihm heute zurückzukehren, als er der Infantin beim Spielen auf der Terrasse zusah. Sie hatte so ganz das hübsche, mutwillige Benehmen der Königin, dieselbe eigensinnige Art, den Kopf emporzuwerfen, denselben stolz geschwungenen, schönen Mund, dasselbe wundervolle Lachen, vrai sourire de France, wenn sie dann und wann nach dem Fenster emporblickte oder wenn sie den würdigen spanischen Herrn ihre kleine Hand zum Kusse darreichte. Aber das schrille Lachen der Kinder verletzte des Königs Ohr, der helle, mitleidlose Sonnenschein spottete über seine Trauer und ein schwerer Duft von seltsamen Späzereien, Späzereien, wie sie ein Balsamierer gebrauchen schienen, oder war das nur seine Einbildung, die klare Morgenluft zu vergiften? Er begrub sein Gesicht in seinen Händen und als die Infantin wieder aufblickte, waren die Vorhänge herabgezogen und der König war verschwunden. Sie schmollte etwas enttäuscht und zog ihre Schultern. Sicherlich an ihrem Geburtstag hätte er bei ihr bleiben können. Was lag an den dummen Staatsgeschäften? Oder war er in diese dunkle Kapelle gegangen, wo immer die Kerzen brannten und die sie niemals betreten durfte? Wie töricht von ihm, da doch die Sonne so hell schien und alle so glücklich waren. Übrigens würde ihm das Scheingefecht mit Stieren entgehen, zu dem schon die Trompete blies, um gar nichts zu sagen von der Puppenschau und den anderen wundervollen Dingen. Ihr Onkel und der Großinquisitor waren viel vernünftiger. Sie waren auf die Terrasse herausgekommen und spendeten ihrer Nichte Komplimente. So warf sie denn ihren hübschen Kopf zurück, nahm Don Pedro bei der Hand und ging langsam die Stufen hinab nach einem langen Zelt von Purponer Seide, das am Ende des Gartens errichtet war, während die anderen Kinder genau nach der Vornehmheit ihrer Abstammung folgten, indem die zwei, die den längsten Namen hatten, zuerst gingen. Ein Zug von Edelknaben, die fantastisch als Stierfechter gekleidet waren, kam ihr entgegen und der junge Herzog von Tierra Nueva, ein wundervoll hübscher Junge von vielleicht 14 Jahren, entblößte sein Haupt mit all der Grazie eines geborenen Hidalgo und Granden von Spanien und führte sie feierlich zu einem kleinen, vergoldeten, aus Elfenbein geschnitzten Stuhl, der auf einer erhöhten Estrade über der Arena stand. Die Kinder scharrten sich alle um sie herum, schwenkten ihre großen Fächer und flüsterten miteinander und Don Pedro und der Großinquisitor standen lachend am Eingang. Selbst die Herzogin, die Oberhofmeisterin, wie sie genannt wurde, eine hagere Frau mit abstoßenden Gesichtszügen und einer gelben Halskrause sah nicht ganz so schlecht gelaunt aus wie sonst und so etwas wie ein Lächeln glitt über ihr faltiges Gesicht und verzog ihre blutlosen Lippen. Es war wirklich ein wunderbares Stiergefecht und viel hübscher, dachte die Infantin, als das echte Stiergefecht, das man ihr in Sevilla gezeigt hatte, als der Herzog von Parma ihren Vater besuchte. Einige von den Knaben paradierten auf Steckenpferden mit reichen Schabacken umher und schwangen lange Wurfspieße an, denen lustige Wimpel aus glänzendem Band befestigt waren. Andere gingen zu Fuß, schwenkten ihre roten Mäntel vor dem Stier und schwangen sich leicht über die Barriere, wenn er auf sie losstürmte. Und was diesen Stier selbst anging, so war er genau wie ein lebender Stier, obgleich er nur aus Flechtwerk und ausgespanntem Fell gemacht war und es manchmal nicht lassen konnte, auf seinen Hinterfüßen um die Arena zu rennen, woran kein lebender Stier im Traume denkt. Er kämpfte auch großartig und die Kinder begeisterten sich so, dass sie auf den Bänken standen, ihre Spitzenhandtücher schwenkten und Bravo Toro, Bravo Toro ganz so vernünftig riefen, als ob sie erwachsene Leute gewesen seien. Schließlich aber, nach einem langen Kampfe, währenddessen verschiedene von Steckenpferden völlig durchbohrt und ihre Reiter aus dem Sattel geworfen wurden, brachte der junge Herzog von Tierra Nueva den Stier zum Fall und nachdem er von der Infantin die Erlaubnis erhalten hatte, ihm den Gnadenstoß zu geben, stieß er sein hölzernes Schwert dem Tier mit solcher Gewalt in den Nacken, dass der Kopf völlig abfiel und das lachende Gesicht des kleinen Herrn von Lorraine sich zeigte, des Sohnes des französischen Gesandten in Madrid. Unter großem Beifall wurde nun die Arena gesäubert und zwei Negerpagen in gelb-schwarzer Livree schleppten feierlich die toten Steckenpferde weg. Denn nach einem kurzen Zwischenspiel, in dem sich ein französischer Akrobat auf gespanntem Seil zeigte, erschienen auf der Bühne eines kleinen Theaters, das eigens zu dem Zweck errichtet war, einige italienische Marionetten in der halbklassischen Tragödie der Sofonispa. Sie spielten so gut und ihre Bewegungen waren so außerordentlich natürlich, dass beim Schluss des Stückes die Augen der Infantin ganz feucht von Tränen waren. Ja, einige Kinder weinten wirklich und mussten mit Zuckerwerk getröstet werden und der Großinquisitor selbst war so gerührt, dass er nicht umhin konnte, zu Don Pedro zu sagen, es schiene ihm unerträglich, dass Dinge, die einfach aus Holz und gefärbtem Wachs gemacht seien und mechanisch durch Drähte sich bewegten, dass diese so unglücklich sein sollten und solche schrecklichen Schicksalsschläge erdulden müssten. Ein afrikanischer Gaukler folgte jetzt, der einen großen, flachen, mit rotem Tuch bedeckten Korb hereinbrachte und ihn mitten in die Arena stellte. Er zog aus seinem Turban eine seltsame rote Pfeife hervor und bließe auf. In wenigen Augenblicken begann das Tuch sich zu bewegen und als die Pfeife schriller und schriller tönte, steckten zwei grün-goldene Schlangen ihre seltsamen, keilförmigen Köpfe heraus und hoben sich langsam empor, indem sie sich mit der Musik hin und her bewegten, gerade wie Pflanzen sich im Wasser bewegen. Die Kinder aber wurden etwas ängstlich über ihre gefleckten Nackenhauben und pfeilschnellen Zungen und es gefiel ihnen viel besser, als der Gaukler aus dem Sandboden einen zierlichen Orangenbaum hervorsprießen ließ, der hübsche weiße Blüten und Büschel wirklicher Früchte trug. Und als er den Fächer der kleinen Tochter des Marquis von Las Torres nahm und ihn in einen blauen Vogel verwandelte, der rings um das Zelt flog und sang, da kannte ihr Entzücken und Staunen keine Grenzen. Auch das feierliche Minuet, das von jungen Tänzern aus der Kirche Nuestra Señora del Pilar getanzt wurde, war reizend. Die Infantin hatte bisher nie diese wundervolle Zeremonie gesehen, die jedes Jahr um die Marienzeit vor dem Hochaltar der Jungfrau zu deren Ehre veranstaltet wird. Und es war ja auch kein Mitglied der königlichen Familie von Spanien jemals mehr in die große Kathedrale von Saragossa gegangen, seit ein wahnsinniger Priester, viele Namen an, er habe im Solde der Elisabeth von England gestanden, versucht hatte, dem Prinzen von Asturien eine vergiftete Hostie zu reichen. So kannte sie nur vom Hörensagen den Tanz unserer lieben Frau, wie man ihn nannte, und er bot wirklich einen schönen Anblick. Die Knaben trugen altmodische Hofkleidung von weißem Samt, ihre merkwürdigen dreieckigen Hüte waren mit silbernen Fransen bedeckt und von großen Straußenfedern überragt, und das blendende Weiß ihrer Kostüme wurde, wenn sie sich im Sonnenschein bewegten, noch stärker betont durch ihre dunkle Gesichtsfarbe und das lange schwarze Haar. Alle waren bezaubert von der ernsten Würde, mit der sie die verwickelten Tanzfiguren durchschritten, und von der vollendeten Anmut ihrer ruhigen Gesten und vornehmen Verneigungen. Und als sie ihre Vorstellung beendet hatten und vor der Infantin ihre großen Federhüte abnahmen, da nahm sie ihre Eheerweisung mit vielem Wohlgefallen auf und machte ein Gelübde, dem Altar unserer lieben Frau von Pilar eine große Wachskerze zu senden, als Dank für das Vergnügen, das sie ihr gegeben hatte. Eine Truppe hübscher Ägypter, wie man damals die Zigeuner nannte, betraten dann die Arena, setzten sich mit verschränkten Beinen im Kreise hin und begannen sanft auf ihren Zittern zu spielen, indem sie zu dem Klang ihre Körper bewegten und fast stimmlos eine leise, träumerische Melodie summten. Als sie Don Pedro sahen, warfen sie ihm finstere Blicke zu, und einige von ihnen machten ein erschrockenes Gesicht, denn erst vor wenigen Wochen hatte er zwei von ihrem Stamm auf dem Marktplatz von Sevilla wegen Zauberei aufhängen lassen. Aber die schöne Infantin beruhigte sie, wie sie zurückgelehnt da saß und mit ihrem großen, blauen Augen über ihren Fächer blickte. Und sie hatten das sichere Gefühl, wer so lieblich war wie sie, der konnte nie gegen jemand grausam sein. So spielten sie denn ganz sanft weiter, indem sie mit ihren langen, spitzen Nägeln kaum die Seiten der Zittern berührten und ihre Köpfe begannen zu nicken, als ob sie einschlafen wollten. Plötzlich mit einem Schrei, der so schrill war, dass alle Kinder auffuhren und dass Don Petros Hand den erratenen Knauf seines Dolches umfasste, sprangen sie auf ihre Füße und rasten in einem tollen Wirbel um die Einfriedigung, wobei sie ihre Tambourine schlugen und in einer seltsamen Kehlsprache ein wildes Liebeslied sangen. Dann, auf ein anderes Signal, warfen sie sich alle wieder zu Boden und lagen da ganz still und das gedämpfte Klimpern der Zittern war der einzige Laut, der das Schweigen unterbrach. Nachdem sie dies ein paar Mal wiederholt hatten, verschwanden sie einen Augenblick und als sie wiederkamen, führten sie einen braunen, zottigen Bären an einer Kette und trugen auf ihren Schultern einige kleine Affen aus der Bärberei. Der Bär stellte sich mit der höchsten Würde auf den Kopf und die runzligen Äffchen spielten alle Arten von spaßhaften Streichen mit zwei Zigeunerknaben, die ihre Herren zu sein schienen. Sie kämpften mit winzigen Schwertern, feuerten Gewehre ab und führten ein richtiges Exerzieren vor, gerade so, wie es des Königs eigene Leibgarde tat. Jedenfalls hatten die Zigeuner einen großen Erfolg. Aber der lustigste Teil von der ganzen Morgenvorführung war zweifellos das Tanzen des kleinen Zwerges. Als er auf seinen krummen Beinen watschelnd in die Arena stolperte und mit seinem ungestalteten riesigen Kopf hin und her wackelte, da brachen die Kinder in ein lautes Lachen des Entzückens aus und die Infantin selbst lachte so sehr, dass die Hofmeisterin sie daran erinnern musste, dass zwar schon oft eine spanische Königstochter vor ihresgleichen geweint, sich aber noch nie eine Prinzessin von königlichem Blut in Gegenwart von unter ihr Stehenden so lustig gemacht hatte. Der Zwerg war aber wirklich ganz unwiderstehlich. Und selbst am spanischen Hof, der doch immer wegen seiner ausgeprägten Leidenschaft für das Schreckliche bekannt gewesen ist, war noch nie ein so fantastisches kleines Ungetüm gesehen worden. Es war übrigens sein erstes Auftreten. Erst den Tag vorher hatten zwei von den Edelleuten, die zufällig in einem entlegenen Teil des die Stadt umgebenen Korkeichenwaldes jagten, ihn entdeckt und als Überraschung für die Infantin mit nach dem Palast genommen. Sein Vater, der ein armer Köhler war, schien nur erfreut zu sein, ein so hässliches und nutzloses Kind loszuwerden. Vielleicht das Lustigste an ihm war, dass er sich seiner eigenen grotesken Erscheinung gar nicht bewusst war. Er schien sogar ganz glücklich und sehr aufgeräumt zu sein. Wenn die Kinder lachten, lachte er so frei und fröhlich wie nur eins von ihnen und nach jedem Tanz machte er ihnen die komischsten Verbeugungen. Er lächelte und nickte ihnen zu, ganz als ob er wirklich zu ihnen gehörte und nicht das kleine missgestaltete Ding sei, das die Natur in einer humoristischen Laune geschaffen hatte, damit andere darüber spotten sollten. Was die Infantin anging, so bezauberte sie ihn ganz und gar. Er konnte seine Augen nicht von ihr abwenden und schien nur für sie allein zu tanzen. Beim Schluss der Vorführung erinnerte sie sich, wie die großen Damen des Hofes, dem berühmten italienischen Sopran Caffarelli, den der Papst Eigens aus seiner Kapelle nach Madrid gesandt hatte, damit er durch den süßen Klang seiner Stimme den König von seiner Melancholie heile, Bukets zugeworfen hatten und sie nahm die schöne weiße Rose aus ihrem Haar und halb zum Spaß, halb um die Hofmeisterin zu ärgern, warf sie sie mit ihrem süßesten Lächeln in die Arena. Er aber nahm die Sache völlig ernst. Er drückte die Blume an seine groben, dicken Lippen, er legte die Hand auf sein Herz und sank auf ein Knie vor ihr, wobei er von einem Ohr zum anderen grinste und seine kleinen glänzenden Augen vor Vergnügen blitzten. Dies brachte den Ernst der Infantin so aus der Fassung, dass sie noch lange weiter lachte, als der Zwerg schon aus der Arena gelaufen war, und dass sie ihrem Onkel den Wunsch ausdrückte, der Tanz möchte sofort noch einmal wiederholt werden. Die Hofmeisterin bestimmte aber unter dem Verwandt, die Sonne sei zu heiß, dass ihre Hoheit ohne Verzug zum Palast zurückkehren sollte. Hier war schon ein wundervolles Festmahl für sie hergerichtet, mit einem wirklichen Geburtstagskuchen, auf dem ihre eigenen Initialen in Zuckerguss standen, und eine liebliche silberne Flagge wehte. Die Infantin erhob sich daher mit großer Würde, und nachdem sie befohlen hatte, dass der kleine Zwerg nach der Siestastunde vor ihr noch einmal tanzen sollte und dem jungen Herzog von Tierra Nueva ihren Dank für seinen reizenden Empfang abgestattet hatte, kehrte sie in ihre Gemächer zurück, wobei die Kinder ihr in derselben Reihenfolge folgten wie vorher. Ende von Der Geburtstag der Infantin Teil 1 Der Geburtstag der Infantin Teil 1 Der Geburtstag der Infantin